Die How to Real Estate Web Show mit Robert Plantag und Michael Meier, präsentiert von Crowdhouse. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei der How to Real Estate Web Show. Er ist zurück nach zwei Wochen. Herzlich willkommen zurück, Robert, schön, du bist wieder hier. Du bist in den letzten zwei Wochen bei diesem Podcast gut vertreten worden. Zum einen von Moris Jud, ein Eigentümer, der sein Objekt im Alleineigentum bei uns erworben hat, ein bisschen über seine Erfahrungen geredet hat. Zum einen in der letzten Woche von deinem Gründerkollegen, Ardian, wo wir ein bisschen über die Geschichte von Crowdhouse geredet haben. Wenn Sie diese zwei Episoden noch nicht gehört haben, die sind beide online, können Sie sich gerne nachhören, überall wo es Podcasts gibt und als Video auf YouTube. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode. Wir fangen an. Let's go. Wir reden heute über ein Thema, das uns schon sehr, sehr lange beschäftigt. Aber wir reden über das Thema aus einem aktuellen Anlass. Es geht um Leerwohnungen in der Schweiz, um Leerstand. Und Überraschung, Überraschung. Nach zwölf Jahren, wo die Leerstände eigentlich kontinuierlich jedes Jahr aufgegangen sind, die werden immer im September publiziert. Das ist bei uns eigentlich, hat sich so ein bisschen eingerooved. Wir haben gewusst, wie die Meldungen kommen. Das verursacht immer eine gewisse Urruhe. Man muss dazu sagen, die Urruhe hat auch ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren. Ich glaube, im Jahr 2017, wo es zum ersten Mal auch ein bisschen medial gepusht worden ist, ist die Urruhe noch ein bisschen grösser gewesen. In den letzten Jahren ist es mehr so etwas, wo man gesagt hat, man rechnet ja damit. Es hat auch immer geheissen, der Wohnungsleerstand, der ist in der Schweiz eigentlich nicht zu stoppen. Ich habe hier noch ein Zitat aus dem Oktober 2020. Blick. Ein Ende der wachsenden Leerstände ist nicht in Sicht. Ein Jahr später wissen wir, hoppala. Die Leerstände sind zurückgegangen. Sie sind nicht nur ein bisschen zurückgegangen, sondern um 10 Prozent. Also relativ deutlich. Frage dich, wie sehr hat sich das überrascht? Wie sehr hast du dich überhaupt mit dem beschäftigt? Wie sehr hat sich das Thema grundsätzlich überhaupt beuruhigt? Also vielleicht, um auf die letzte Frage zuerst zurückzukommen, beunruhigt hat es uns eigentlich noch nie, weil im internationalen Vergleich sind wir in der Schweiz mit dem Leerstand eigentlich immer noch relativ tief gewesen. Auch schon vorher. Ich glaube, wir waren irgendwo bei 1,75 Prozent Leerstandsquote gewesen, was ja eigentlich sehr überschaubar ist, wenn man sich das so mal vor die Augen führt. Aber ich muss sagen, es hat mich doch überrascht, dass jetzt der Leerstand doch zurückgegangen ist. Es ist jetzt auch die Frage im Raum, ist das ein Trend, der bleibt? Oder ist das jetzt irgendwie vielleicht ein... Guter Punkt, weil das Wort, das jetzt im Rahmen steht, ist Trendwende. Oder? Ja, also ich glaube, man kann das vielleicht jetzt so sagen, aber ob das wirklich noch so weitergeht, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ja, korrekt. Genau, das heisst, wir wissen es nicht. Es ist schwierig zum Vorhersagen, genauso wie es schwierig war, zum Vorhersagen, dass jetzt dieses Jahr die Leerstandsquote sinkt. Es kann sein, dass es ein Zyklus ist wie der andere Zyklus, den man jetzt wieder ein paar Jahre sieht, wo sich das Ganze wieder ein bisschen gegeneinander bewegt, respektive eigentlich für den Investor wieder besser wird. Was wir halt wirklich beobachtet haben, ist, wir haben in den letzten, ich sage jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahren eine enorme Bautätigkeit gehabt. Die letzten zwei Jahre hat die schon ein bisschen nahelassen, ehrlicherweise. Irgendwo durch hat sich das wahrscheinlich auch wieder gefangen. Man hat nicht mehr angefangen, wirklich nur noch Zeug zu bauen, ohne dass man sich wirklich sicher war, dass man es auch vermietet kriegt. Das ist eigentlich das Schöne an der Marktwirtschaft. Man hat dann gesehen, wenn man Häuser anstelle, viele Orte, wo es erstens niemanden will mieten und wenn es niemanden will mieten, dann niemanden will kaufen, fängt man ein bisschen weniger davon zu machen. Das kann ein Effekt sein, der sich da wirklich eingestellt hat. Dann natürlich auch nicht zu vernachlässigen oder gewisse Trends, die durch die Pandemie entstanden sind, irgendwie wiederum Stadt- oder Landflucht oder wie auch immer, die dort Effekte haben. Es wird wahrscheinlich mehrere Gründe haben. Die interessante Frage ist, ist es jetzt einfach wirklich ein einmaliger Effekt, den man jetzt festgestellt hat. Kann es vielleicht sein, dass man vielleicht in gewissen Orten die Art und Weise, wie man das Zelt geändert hat? Das wissen wir ja heute auch noch nicht. Das müssen wir auch mal analysieren. Und dann wirklich die Frage, wie geht es weiter in den nächsten Jahren? Über die Gründe würden wir noch ausführlich reden. Ich glaube, es gibt doch einige Parameter, die wir anschauen. Keine Bautätigkeit ist eine davon. Ich wollte aber zuerst noch mal zu einem anderen Punkt zurückkommen. Das ist das erste Mal die mediale Auswirkung von so etwas. Du hast die internationale Vergleichbarkeit angesprochen. Das ist so, die Schweiz ist relativ tief. Ein Fakt, was schon mal auffällt, die Schweiz ist das einzige Land, wo die leere Wohnungsziffer überhaupt mit zwei Kommastellen ausdrückt. Also aus anderen Ländern gibt es halt einfach eine Kommastelle. Im Vergleich dazu andere Leerstandsquoten, die aktuellsten, die man überhaupt findet. Weil man muss natürlich auch sagen, dass das in der Schweiz jährlich gemacht wird. Das ist eigentlich einzigartig. Das gibt es in keinem anderen Land. Aber im Vergleich Deutschland zum Beispiel bei 2,8 aus dem Jahr 2019, England 2,6, Dänemark 3,7, USA 6,4. Das sind so kleine Zahlen, die man findet. Aber das ist wirklich mit Vorsicht zu geniessen. Man weiss nicht, was jetzt dort wirklich die Erhebungsgrundlagen sind, die dort dahinter gestanden sind. Was wird innen gerechnet, was nicht. Was ist Einfamilienhäuser, was ist Mietwohnungen. Aber man weiss dort, also die Schweiz ist eigentlich ein relativ tiefes Segment im internationalen Vergleich. Das ist so. Über die letzten Jahre hat es auch immer geheissen, die Leerstände würden zu einem chronischen Problem. Die würden dazu führen, dass die Mieten rückläufig werden sein. Die würden dazu führen, dass die Häuserpreise zurückgehen. Wenn man sich das anschaut, über die letzten zwölf Jahre eigentlich, all das, was behauptet worden ist, dass das passiert, ist eigentlich nicht eingetroffen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Leerstände so gerne wieder zurückgehen. Ist der Effekt von diesen Leerständen wirklich so eins zu eins auf den ganzen Hausermarktschweiz zu übertragen? Meiner Meinung nach nicht. Also auch vor allem in dem Bereich, wo wir uns bewegen. Es ist überschaubar. Es ist kantonal und regional sehr stark unterschiedlich. Es hängt sehr stark davon ab, was für Liegen schaffen, dass man effektiv den Mieter anbietet. Oder was hat man für ein Angebot, wie qualitativ ist das, was bekommt man für den Frankenmieting. Darum, nein. Nach wie vor unabhängig davon, wie hoch die Leerstandsquote ist. Wenn du Leidenschaften baust oder kaufst oder vermietest, wo einfach die Nachfrage nicht da ist, weil du vielleicht zu teuer bist oder weil du vielleicht ein Angebot kreiert hast, das gar nicht nachgefragt ist in dieser Region, kannst du einen Leerstand haben, von 5, 10, 15 Prozent. Oder kannst du extrem lang zum Beispiel haben für eine Erstvermietung. Andererseits, wir hatten jetzt gerade letzte Woche ein Objekt auf dem Tisch, wo der erste Bezug im Oktober ist. Und die haben ab Plan alle Wohnungen irgendwie vier Monate vor Fertigstellung vermietet. Das ist ein grosses Haus mit rund 20 Wohnungen. Welcher Kanton? Das ist der Kanton Aargau. Ehrlicherweise auch nicht an einem grossstädtischen Ort. Also es ist jetzt eher ich hätte es eher als B-Lage bezeichnet. Und wir haben uns das angeschaut. Wir sind selber ein bisschen verwundert gewesen. Eine Erstvermietung, die irgendwie an Plan vor Fertigstellung durch ist. Und das ist nicht gerade in der Stadt Zürich eigentlich doch verwunderlich. Und wir haben da nachgefragt und nachgeschaut. Und das hat einen einfachen Grund. Oder erstens ist die Leidenschaft extrem hochwertig gebaut. Dann trifft sie weiterhin eigentlich noch den Zeitgeist. Oder du hast zum Beispiel Ladestationen für Elektroautos drin. Aber genauso hast du im Veloabstelleräumli eigentlich schon Ladestationen für Elektro-Velo drin. Also sehr ein attraktives Wohnangebot. Eben sehr hochwertig. Und trotzdem sind eben die Mieten nicht überrissen. Also wir haben dort die Mieten irgendwo im 50%-Quantil. Und wenn du natürlich so etwas hast, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass so eine allgemeine Lehrstandsquote eigentlich überhaupt gar nicht so viel zu bereiten hat. Es zeigt einfach, wenn das Angebot stimmt, dann kannst du Leidenschaften voll haben ab Tag 1 und eigentlich deinen Lehrstand praktisch auf Null während der ganzen Haltedauer. Es kann auch andersrum sein und du verfehlscht es völlig und du hast viel grössere Lehrstände. Das ist ein guter Punkt, oder? Um herauszufinden, was für eine Dynamik solche Lehrstandsquoten haben können, es ist einfach eine sehr regionale Geschichte. Kommen wir nochmal zurück zum internationalen Vergleich. Der macht herzlich wenig Sinn, allein schon deswegen, weil so einen Immobilienmarkt wie Deutschland, wenn man so eine Stadt wie Berlin nimmt, das ist eigentlich ein bisschen kleiner vielleicht als die Schweiz, wenn man auf die USA schaut. Ich meine, das ist eine gesamtamerikanische Quote von 6,4%. Das würde in Kalifornien ganz anders ausschauen als in Midwestern. Das würde allein schon in einer Stadt wie Los Angeles ganz, also es ist vergleichbar mit dem Volumen her, wahrscheinlich eher grösser als die Schweiz. Also von dort her, es bringt herzlich wenig, das ist das, was wir auch immer sagen, es bringt herzlich wenig, wenn man einfach eine nationale, so gerne kantonale, Zahl hernimmt und schaut, wie sich die bewegt bis auf die zweite Nachkommensstelle für das Objekt selber ist das einfach ein Ziel für ihn. Vor allem auch nicht als Momentaufnahme, oder wenn man so Sachen anschaut, dann ist auch immer wichtig, dass man das Delta anschaut, was hat sich in 5 Jahren tun, was hat sich in 10 Jahren tun. Und je kleiner so ein Standort, also ich rede zum Beispiel, ich meine, so zahlen wird auch im Kanton Appenzell erhoben, der hat weniger als 30'000 Einwohner, dort ist völlig logisch, dass das Ganze relativ schnell ausschwingen kann, weil bei 20'000 Wohnungen eine neue Überbauung herkommt, dann ist das einfach prozentual ein Anteil, der dort sehr stark eingreifen kann. Das ist richtig, das ist eigentlich noch wirklich interessant, oder man darf sich nicht zu sehr von so Berichterstattungen leiten lassen, oder vor allem oder insbesondere die Boulevardpress neigt sehr stark dazu, in so Sachen extrem viel zu interpretieren, das Ganze sehr stark auszuschmecken, oder wenn, sind wir ehrlich, jetzt sind wir von 1,75 Richtung 1,5 aber das wird der normale Investor nicht merken, genauso wie er es nicht gemerkt hat, dass es von letztem Jahr von 1,6,8 auf 1,75 ist. Das merkst du einfach nicht, das sind gewisse Indikatoren. Vor allem, weil man auch sagen muss, wenn man sagen, okay, das sind Veränderungen, die wir feststellen, dann muss man ja sagen, okay, ist die Erhebung wirklich so konstant, dass man auf die kleinen Wertzeichen wirklich vertrauen könnte? Und das muss man einfach sagen, ist das nicht. Es gibt auch in der Schweiz keinen gegebenen Standard. Um das durchzuführen, je grössere Stadt, desto mehr Manpower, um das wirklich standardisiert zu machen, je kleinerer Einheit, desto grösser kann es einfach einmal heissen. Wir haben das übrigens, das ja etwas anders gemacht, wir haben die Wohnung auf Homegate angeschaut. Ja, ich meine, ich stelle vor, dass es in einer Gemeinsverwaltung einer Gemeinde mit 3-4'000 Einwohnern, da werden sich nicht drei Personen Vollzeit mit dem Lehrstand beschäftigen. Das ist dann irgendeine Zahl, die irgendwie erhoben wird und dann publiziert und dann zusammenträgt. Und darum eben kann es vor eingangs erwähnt. Oder es kann sein, dass vielleicht an gewissen Orten die Art und Weise, wie man die Daten erhält, verändert worden ist, ohne dass man das irgendwie gross publiziert hat. Vielleicht hat das einen Effekt auf das Ganze und darum eigentlich wirklich mit Vorsicht das Geniessen. Das ist Boulevard-Medien oder die Medien generell angekriegt. Ich habe dort einfach kurz für mich einen Test gemacht, weil ich auch gemerkt habe, hoppala, das nimmt mich jetzt ein bisschen Wunder, wie jetzt dort eigentlich darauf reagiert wird. Ich habe einfach die gleichen Parameter, die gleichen Keywords eingegeben im Mediatracker und einfach mal geschaut, was ist die Quantitativ Anzahl von Berichten, die in dem Zeitraum kommen. Das Jahr 30-35% je nachdem, welcher Tracker ich angeschaut habe. Weniger. Das heisst, für eine Zeitung ist es natürlich viel weniger interessant, wenn ein Lehrwohnungsziffer natürlich rückgängig wird, als wenn sie immer steckt. Das muss einem bewusst sein. Und generell bei den Betrachtungen hat mich schon noch etwas erstaunt. 2019 hat der ehemalige Fimmer-Chef, Marc Branson, eine Betrachtungsweise in der Umgestellte und hat gesagt, sie müssen sich das so vorstellen, stellen sie sich mittelgroße Stadt wie Lausanne oder Bern in der Schweiz vor, als Geisterstadt. Das ist momentan die Realität. In der Schweiz gibt es zusammenkumuliert einen Geisterstadt von 70'000 Lehrungen, die jemand redet. Das ist eine Betrachtungsweise, die in meinem Verständnis komplett nicht das widerspiegelt, wie das verteilt ist. Absolut. Ich meine, das ist immer wieder in der Sensationsberichterstattung. Wenn du von einer Geisterstadt in der Schweiz redest, hast du das Gefühl, was ist los? Dann denkst du an China und an die Millionenstädte, die es Ja, die drei Stunden weg sind von allem anderen, weil es dort kein Gold mehr gibt. Ja, Man muss das vorsichtig betrachten, die ganze Berichterstattung. Für mich ist immer wichtig, du musst das Immobilien Investment als Ganzes betrachten und immer in Relation setzen zu anderen Anlagemöglichkeiten. Und wenn du jetzt sagst, der Immobilienmarkt ist überhitzt, die Immobilien sind ja so teuer, dann stimmt das meiner Meinung noch nicht. Wenn du dir alle anderen Anlagenklassen anschaust, haben wir eine sogenannte Asset Price Inflation, das heisst, die Preise von allen Assets sind extrem stark gestiegen in den letzten Jahren. Schau dir zum Beispiel nur mal den Aktienmarkt an, was Unternehmen für Bewertungen an den Tag legen oder wie hoch die Umsätze oder Gewinn Multiples sind oder respektive Milliarden Konzernen ohne Gewinn, die gewaltige Bewertungen haben. Und dann musst du in so einer Liegenschaft, insbesondere in einem eher konservativen Markt wie der Schweiz mal in Relation setzen zu sagen wo ich meinen Franken an was bekomme ich dafür. Und auch wenn du sagst vor sieben Jahren hätte ich eine Liegenschaft noch kaufen bei einer Bruttorendite von 4,5% und heute bin ich 4% ist das eine Betrachtungsweise die andere Betrachtungsweise setzen es in internationalen Vergleich was haben wir für Bruttorenditen im Ausland in den meisten Fällen wirst du deutlich höchere Bruttorenditen vorfinden und wir sind immer noch nicht im Bereich einer Blase Bildung und auf der anderen Seite wenn du rechnest dass du eine Liegenschaft am an an Standort bekommst mit einer Bruttorendite von plus minus knapp unter 4% fährst du meiner Meinung nach mit dem Anlageprofil mit dem Risikoprofil in Relation zu den anderen Möglichkeiten die du immer noch sehr sicher und sehr stabil Wir haben die Regionalität angesprochen oder für einen Vorwurf immer im Raum gestanden ist wir über das auch schon geredet ist die Crowd es geht hauptsächlich auf die Standorte wo die ersten unglaublich hoch sind wo sie sich auch nicht erholen würden vornehmlich zb die Ostschweiz vornehmlich zb auch Aargau was man jetzt aber gesehen hat die Leistrende sind hauptsächlich in diesen Regionen zurückgegangen was für mich auch nicht verwunderlich ist weil ein Trend den wir schon vor Corona ist eine Suburbanisierung die sagen das preis leistungsverhältnis stimmt nicht und es stimmt am Nord wo ich 20 minuten in Zug nehmen Hocken muss stimmen vielleicht viel mehr wie hast das wahrgenommen grundsätzlich oder anders gefragt wie wir haben ja die liegenschaft an den Standort wie schwer haben die Vermietung zu tun also ehrlicherweise ist das wirklich ein Trend den wir gespürt haben dass das deutlich besser wurde es auch etwas war wo wir schon sehr früh daran dachten die Strategie das heisst als wir 2015 an Start gegangen haben bewusst gesagt wir wollen uns auf die guten B und sehr guten C Lagen konzentrieren wir haben das Gefühl in den nächsten 10-15 Jahren werden die jeweils aufsteigen stufe aufsteigen C-Lage und B-Lage schon fast zu einer Anlage und das war genau das war was ich teilweise mit Kollegen aus dem institutionellen Umfeld gesagt ich kaufe Zeugen die wir nicht kaufen wir nur in den Städten und dann wir kaufen bewusst nicht in den Städten und wir haben keine Angst vor dem Leerstand weil einerseits stecken wir viel Energie in die Vermarktung und andererseits schauen wir dass die Preis Leistung stimmt und wenn die Preis Leistung stimmt ist es manchmal nur eine Frage von Zeit bis das Angebot den Abnehmer findet und du hast schon erwähnt in der Ostschweiz oder in Aargau haben wir sehr gute Renditen erzielt sehr sehr tief Leerstand hatten auch in den letzten Jahren und haben eine sehr starke positive Preisentwicklung erlebt und insofern muss man sagen dass der Entscheid sich schon früh auf diese Lage zu konzentrieren war sehr gut weil mittlerweile haben sich die Preise noch mehr angenäher das heisst Deltas zwischen den Renditen ob du in Steck kaufst oder ausserhalb sind nicht mehr ganz so gross wie damals die Akquisitionskonkurrenz hat dich zugenommen korrekt das heisst wenn ich noch vor fünf Jahren Liegenschaft akquiriert habe irgendwo im Aargau da sind wir in der Regel dort gewesen mit ein paar privaten und vielleicht ein zwei institutionellen in Konkurrenz und heute habe ich plötzlich alle Immobilienfonds und alle Pensionskassen die komischerweise genau die gleichen Objekte kaufen und das ist etwas was ich schön finde wo man nicht nur auf das geht wo man in der Medienlist und sich treiben lassen sondern man effektiv eine gute Analyse macht und sagt nein wir haben das Gefühl das ist die richtige Strategie und die wollen wir verfolgen und das hat sich heute ausgezahlt wenn wir gehen jetzt mal auf die Gründe aber kurz davor noch zum Beurteilen ist der Leerstand die 70'000 Wohnungen ist das viel oder wenig betrachtungsweise muss es einfach stimmen auch wenn es ist ein Geisterstadt von 70'000 leeren Wohnungen in der Schweiz das wären alle leeren Wohnungen die es gibt ist das viel die eine Rotation im Mietermarkt ermöglicht denn man muss sagen jetzt mit den Leerstand haben wir sieben Kantonen in der ganzen Schweiz die unter 1% Leerstand sind das heisst faktisch in den Kantonen wird es unglaublich schwierig eine Wohnung finden das ist so der Kanton Luzern ist jetzt wieder dran dass er sagt ok wisst ihr was der Lehrstand ist so zurück gegangen wir überlegen unsere Formulars Pflicht um verhindern dass Vermieter so dermassen einen Hebel sagen also die Leute überhaupt keine Option haben anderes Beispiel das bedeutet dass 1000 Haushälte zusammen 19 Wohnungen zur Verfügung können 19 umziehen das ist für mich eher in gewissen Regionen in der Schweiz nicht eher in einem Bereich wo man sagen muss es gibt keine leere Wohnungen dass das fair drehen kann ist korrekt also du brauchst eine manövriermasse einerseits brauchst immer leere Wohnungen damit die Fluktuation respektive die Umzüge und so weiter überhaupt passieren du brauchst also Wohnungen weil du hast im täglichen Leben Situationen wo es ergibt sei Trennungen Scheidungen Pensionierungen Nachwuchs was auch immer wo sich die Situation verändert und du musst die Option haben das heisst das ultimative Ziel darf gar nicht 10 0% Leerstand das wäre komplett asozial das bedeutet dass der Huseigentümer am absolut langen Hebel ist und verlangen was er will heim du hast vor schön an getoint oder du hast eine Familie die findet keine Wohnung mehr ähm ich sage jetzt mal Situationen wo wir in der Stadt Zürich teilweise auch schon hatten oder das sind die Geschichten wo du hörst es sind 100 Leute angestanden für Besichtigung du wolltest das nicht schweizweit haben und darum ein gewisser Leerstand ist gesund und den braucht es auch weil sonst kannst du gar nicht rotieren kannst du gar nicht wachsen und dich bewegen und das ist genau das was ich sage ob es 1,5 1,7 oder 1,3 das spielt gar keine Rolle 0% darf nicht das Ziel sein und irgendwo im Rahmen von 1-2 Prozent ist eine gesunde Grössenordnung die es auch braucht damit der Markt funktioniert köchlich auf Gründe sprechen oder was wird so behauptet oder was ist so erkennbar wieso das eigentlich rückläufig ist ich habe unsere Analysten gefragt grundsätzlich wir überrascht dass sie sind sie die Antwort dort war wir sind eigentlich nicht überrascht dass es gestoppt wird oder dass es abbremst wird hauptsächlich weil man schon gesehen dass die Tätigkeit zurück ist bedingt durch Corona natürlich das wie stark ist die Bautätigkeit von Corona einfach abbremst war und nicht jetzt wieder zu das andere ist aber auch die Vorstellung dass in der Schweiz noch so viel Bauland gibt dass man einfach einen Block nach dem anderen attachen muss man muss sagen Bauland zu finden auch in ländlichen Lagen wo es immer noch Sinn machen würde ist einfach unglaublich schwierig für Entwickeln korrekt wir haben zwei Sachen nachdem dass die Bauaktivität zurückgegangen ist ich glaube das ist generell das Problem von den letzten zwei drei Jahren sicher irgendwo seit Pandemie auch losgegangen ist oder du siehst es Chiphersteller haben Mühe mit Microchips das zieht den ganzen Rattenschwanz mit sich dass du plötzlich kein neues Auto bekommst ich habe letztes Artikel gelesen in den USA sind Preise von Occasions Auto extrem stark gestiegen weil du kein Neu Auto mehr bekommst und ich letztes Woche mit einem Mitarbeiter von uns geredet dem ist dein Auto abgelegen das er zehn Jahre hatte und ging zu einem Händler und sagte er gerne ein neues Auto bestellen und die lachen einfach nur gelachen und rechne mit einem Jahr bis bis dein Auto bekommst was soll ich machen das ist unser Showroom das ist das Lager auswählen und sonst haben wir nichts Das ist etwas mal sind die Fenster die nicht gekommen sind und andere Materialien und das hat sicher gemerkt mit der reduzierten Bautätigkeit Zweiter Punkt Bevölkerungszuwachs Grundsätzlich ist aber rückläufig und nicht ganz dort wo vielleicht auch als Medium Prognose ist durch Corona die Abwanderung massiv zurück gegangen es sind viel weniger Leute aus der Schweiz raus was schlussendlich zu einer höheren Nettozuwanderung führt ist ein anderer Grund oder zum da gerade eingreifen das ist das ein und jetzt setzt das in Relation das Forschung gesagt es hat nicht unlimitiert Bauland in der Schweiz auch wenn man verdichtet und so weiter wir steuern aber trotzdem in richtig 10 Millionen Schweiz hat weniger Abwanderungen gegeben und auch jetzt während der ganze Pandemie hat sich die schweiz meiner Meinung doch als noch höher steuern und da sehe ich grosses Potenzial dass wir extrem viel Zuwanderung in Zukunft noch von Deutschland erleben das heisst meine Prognose wenn du das einfach kombiniere weniger Abwanderung die Schweiz hat sich etabliert wieder mal als sicher Hafen auch während so einer Pandemie es war ein Aufschrei wir haben viele Fälle usw aber international betrachtet haben es relativ gut gemeistert die schweiz bleibt attraktiv im europäischen Raum insbesondere für unsere deutschen Nachbarn knapp das Bauland führt meiner Meinung dazu dass die Lärtschland allefalls sinken und die Attraktivität der Liegenschaften im Land zunehmen Das ist ein guter Punkt dass man in den 1,5 Jahren Corona sich gut halten unter Wirtschaftsstandort die Leute merken dort gibt gute Sicherheitsnetze und gute System die in solchen Zeit einfach wirklich den Stärken ausspielen Es ist extrem oder ich meine klar Gastronomie hat gelitten aber meiner Meinung nach auch nicht ganz so fest wie das überall behauptet wird wenn du in Restaurants gegangen bist und wenn du heute in Restaurant gehst trotz Zertifikats Pflicht die guten Restaurants sind nach wie vor voll und du kommst immer noch keine Tische und hast immer noch Wartelisten Die Hotellerie Schub bekam aus dieser Pandemie Man konnte auch aus den Medien entnehmen dass sich die Schweiz praktisch schon erholt hat von dem ganzen Wirtschaftsschock und ich finde wir stehen gut an und auch wenn du schaust im Bereich der Arbeitnehmer wie viele Leute haben ihre Jobs verloren oder Lohnibussen hatten wegen der Pandemie Es waren relativ wenige und es gewisse Randfälle waren vielleicht extrem waren und von denen haben wir dann geredet aber im grossen und ganzen geht es den Leuten immer noch relativ gut die Lohnen sind stabil geblieben man hat wahrscheinlich weniger konsumiert höchere Sparquote und irgendwann wird sich das wiederum auswirken weiter wichtiger Punkt ist nicht ein neuer Punkt das wissen wir eigentlich auch schon lange aber es ist ganz entscheidender Faktor die Schweiz wird immer älter Stichwort Belegungsdichte Frage von 8 Millionen Schweizer wie viele Wohnungen braucht sie denn überhaupt und sie brauchen tendenziell immer mehr weil die Haushaltsgrösser die deutlich abnehmen sind 3-Personen-Haushalt 4-Personen-Haushalt 5-Personen-Haushalt wieso der demografische Wandel wird grundsätzlich immer älter man ist an einem Punkt wo man vielleicht 55 ist das heisst ein Haushalt der vor 3-Personen-Haushalt oder 4-Personen- älter 2-Kind brauchen auf 2 oder 3-Personen-Haushalt oder älter plus 2-Kind das heisst die Anzahl der Haushalte in der Schweiz steigt noch schneller als das Bevölkerungswachstum tut das ist ein Trend der ist nicht durch Corona beführt aber das ist grundsätzlich immer eine Dynamik die dahinter liegt und der letzte Punkt und der ist doch relativ neu für mich habe ich davor nicht gehört aber macht auch durchaus Sinn wenn man sagt man hat eine hohe Bautätigkeit es werden viele neue Häuser gebaut das bedeutet aber nicht gleichzeitig dass das heisst jedes neue Haus sorgt auch für neue Wohnungen weil man weiss in der Zwischenzeit auch in ländlichen Regionen 30% von allen Wohnungen die gebaut werden gehen auf Kosten von alten Wohnungen das heisst die Bautätigkeit die stattfindet sind sehr viele Ersatz Neubauten das macht für mich Sinn weil ich glaube schon wenn jemand so ein Haus baut schon nicht einfach die Augen zu machen und sagen ich baue das jetzt einfach mal und um zu verrecken setze ich das einfach durch sondern er merkt schon auch was braucht es an dem Standort eigentlich dass ich mit dem Erfolg habe und wir haben immer gesagt die Eigentümer die mit Leerstand am meisten Problem haben sind grundsätzlich die 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 30-40 Jahre als Haus nicht viel gemacht und merken ich mit meinem Wohnangebot zu den Mieten wo ich gewohnt bin wahnsinnig viele Probleme zum Konkurrenz fähig bleiben Absolut einverstanden und ich meine sind wir ehrlich fahren durch die Schweizer Städte meiner Meinung nach sind viele Häuser veraltet wir haben einen grossen Bestand an alten Bestandes Liegenschaften die energetisch keinen Sinn mehr machen die städten bildtechnisch mehr früher oder später musst du das Zeug abreissen und Neubau und das ist überhaupt nichts Schlechtes im Gegenteil das ist positiv das kann die Wirtschaft wieder befeuern und das ist auch völlig richtig ich war in mehreren Besichtigungen durch verschiedene Städte und Kantone gefahren und wenn du schaust hast teilweise Städte mit 60-70% Altbauten aus den 50-60-er oder auch da muss man sich überlegen das Zeug wird noch mit Öl geheizt man hat keine richtige Isolation und so weiter später muss man das Zeug abreissen und neu bauen und darum gebe ich die völlig recht oder die 30% heute könnte vielleicht im Monat 40-50% werden insbesondere wenn das Bauland knapper wird mehr auf Ersatzneubauten empfahlen Zum Schluss kommen wir nochmals zu einem praktischen Beispiel eine praktische Frage an dich der höchste Lehrstand in der Schweiz im Kanton Solothurn über 3% wie gehen ihr mit dem um weil Crownhouse akquiriert im Kanton Solothurn auch heute noch Häuser wie stark spielt der Leerstand bei der Akquisition für euch oder für Crownhouse eine Rolle und wie genau schaut ihr darauf oder was für Parameter darauf dass ihr wirklich sicher sind okay es ist im Kanton Solothurn aber es ist auch dort absolut machbar verstanden die gleiche wie immer der Lehrstand ist ein Indikator den wir anschauen aber ehrlicherweise einen am rand man schaut sich die Entwicklung an der Ortschaft die Bevölkerungswachstum hat man rückläufige Bevölkerung das wichtigste ist auch dort nach wie vor die Lage genau anschauen man allgemein hat den Kanton Solothurn 3% andererseits hat Solothurn ist der Hidden Champion im Immobilien Bereich es gibt auch dort in Solothurn ganz stark regionale Unterschiede und auch dort kommt es noch mal effektiv sehr stark darauf an was ist das Wohnangebot wir haben schon sehr gute Liegenschaften eingekauft in Solothurn viel mehr gute Liegenschaften als schlechte die laufen auch gut und ich habe das Gefühl dass die Portfolio Liegenschaft in Solothurn haben dass wir so höchere Lehrstand spüren als in anderen Kantonen weil einfach das Angebot stimmt Das nehmen wir als Schlusswort Ich habe noch eine Anekdote die ich diese Woche bezüglich diesem Thema mitbekam Ich weiss nicht ob die Geschichte stimmt aber wenn sie nicht stimmt ist sie schöner gefunden Es ging auch um einen internationalen Vergleich Die Schweiz erhält das jährlich sehr sehr pünzlig wenn man es aus der Schweiz kennt Im Vergleich zum Öster gibt es keine Datenlage Falls irgendjemand weiss wo man in Österreich gute Lehrstandszahlen hinkommt Ich wäre sehr froh Ich war mit meinen Ausschöpft Und dann ist das Beispiel Die Schweiz ist auch führend Es gibt kaum so viele Unfälle auf Fussgängerstreifen wie der Schweiz Das ist absolut führend in der Statistik Wenn man sich das genau angeschaut war dann das Resultat war die schweiz Niemand erhält sie so genau oder überhaupt schaut sich das grundsätzlich an Ich finde das ist schon sehr etwas Schweizerisches Also Seien wir ehrlich Ich hole jetzt ein bisschen aus Aber die ganze Pandemie Jetzt habe ich Länder auf dieser Liste gesehen und kann ich garantieren dass die Zahlen nicht so sauber wie wir erheben Und dann hast du irgendwie in die schweiz in die schweiz und da steht top 10 top 15 weltweit Corona Fälle wo ich muss sagen wir erheben es einfach sehr sauber aber ich habe sehr starke zweifel ob das land wo hinter uns ist wirklich so genau Statistik führt über Corona Inzidenzen und Todesfälle und Hospitalisierungen dann schau nach China oder mit den paar tausend Fällen wo du sagst ja sicher und darum vorsichtig sein wir tun alles sehr genau erheben und publizieren und so man hat jetzt gerade vorletzte Woche war der Skandal mit der Weltbank die Daten nicht fälschen aber entsprechend anpassen dass gewisse Länder in einem besseren Licht dastehen weil die Fundamentaldaten plötzlich andere waren die Länder besser aussehen und darum es gibt die alte Weisheit traut keiner Statistik die nicht selber gefälscht hast ich glaube das ist sicher etwas was man da muss in betracht sein damit lassen wir es für heute gut sein wenn sie eigentümer sind das ist etwas was wir immer wieder sagen der grösste Hebel bei der Vermietung ist nicht auf Leerstandsstatistik zu schauen sondern der grösste Hebel ist wie die Vermietung alles richtig machen dort besser sie das hilft oftmals mehr als ein paar Nachkommen Stellen zu interpretieren danke dass ihr Zeit genommen bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen die How to Real Estate Webshow gibt es jede Woche neu auf crowdhouse.ch oder als Podcast auf allen bekannten Podcast Kanälen